Also ich bin zufrieden mit dem Gameplay hier. Super Typ da unten, Alter. Macht voll Bock. Jawoll. Was ist das denn? Ich töd das ist süß. Wollen wir vielleicht nicht zune? Zune wäre doch mal was cooles, oder? Oh, so was cool. F*** mein Leben. Scheißdreck. Sechs Stunden Stream. Schaut euch diesen Timer an. Eli, 17.000 Zuschauer. Ich war gerade bei 5 Minuten Countdown. Du hast den von 5 Minuten auf 6 Stunden alleine hochgedonnert, ne? Oder ich küsse deinen Nacken. Vielen Dank für den Krankensupport. Ich hoffe, du hattest viel Spaß im Stream. Elias, ich fühl mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank für den krassen Host, mein Bester. Das Leben ist ein Nehmen und Gehen. Das hört echt so chill. Nur mit 50 Euro hier noch ein kleines Dankeschön für den Post gestern. Hat die Stellung. Halt die Stellung. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Du brauchst nicht so viel Geld, aber ich werde nicht. Vielen Dank war ich sehr zu schätzen, mein Freund. Ich hoffe, du hast das noch gut überstanden. Vielen Dank, vielen Dank. Schick geht raus. Ey, Eli, wir müssen raus. Hat keine Lust, das ist ja nicht schlimm, Chat. Aber korrekt vor ihm. Achtung, no action Packs. Ohne Reaktion macht ne Wette auf Walkout ja oder nein. Auch hier in den Picks zählt 84 plus. Haltet euch fest. Wette ist durch. Erster Pick. Zu Kulipalli sage ich nicht nein. Und Manuel Neuer wäre auch cool. Wird meine asoziale Art belohnt? Ja oder nein? Ne. Das ist jetzt nicht so prickelt. Und jetzt dahinter einfach einen richtigen Brecher. Nimm mal mit Daniel Pereira. Das ist es doch. Gefühlt eine Spanier gezogen? Cool. Ich sag's euch. Wir ziehen keinen Walkout. Wir werden bestraft. Wir werden bestraft. Wir haben übrigens einen 84er gezogen aus dem Pick. Und man wird wieder verarscht. No action ist cool. Mann, ey. Ich bumse euch in den Arsch, wenn ich jetzt hier keinen Walkout rausziehe. Ernsthaft, nicht lustig. Wirklich, wir brauchen Coins. Some FIFA Coins. Ach du heilige Mutter Maria. Aus nem 100k Pack. Ich wusste noch niemals, dass man 82er aus nem 100k Pack mindestens ziehen kann. Ich dachte, das ist plus 83, Digga. Shepard Fight. Hallo. 100k Pack. 24 Spieler seltener. Ah. Cool. 3 82er. Let's go. Wow. It's amazing. Ach cool, dass ich auch noch Ferran Torres hinten drin hab. Der vor gefühlt 3 Stunden noch ne coole... Ach Digga, komm. Ne. Raus. 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 Scheiß Drecks Game. Ich zieh das No Look Pack. Team of the Week. Scheiß Drecks Game. Lass mich in Frieden. Ich will nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Ich distanzier mich, ihr Schweine. Immerhin 84er. Und ein Walkout. Wow. Dafür hab ich mir also den ganzen Submarathon versaut. Achtung, da kannst du noch was richten. Festhalten. Festhalten wir das. Das wird's richten, Jungs. Das wird's richten, ihr. Good. Clap your hands. Clap your hands. Coole Sache. Das hier ist wohl mit das beste Pack, was man zu diesem Zeitpunkt ziehen kann. Und wenn nicht sogar das Beste, was man jemals ziehen kann. Walkout garantiert. Wenn kein Walkout drin ist, dann würde ich ganz schnell, ganz schnell mich von diesem Spiel distanzieren. EA. Okay. Lasst es einfach nur scheppern. Ich nehm alles. Hauptsache Dick. Hauptsache Big. Let's go. Future Stars. Oh mein Gott. Ich dachte Pedri. Hilfe. Das kann nicht sein. Ich dachte Pedri. Ich dachte wir haben das Spiel durchgespielt. 86 aus 85 plus ist erstmal, naja, überschaubar. Wir gehen rein. Und luschern. Wir luschern. Ega, was ist das denn? Oh man. Oh man. Ega. Aua. Oh, ich hab mir ein Bein gebrochen. Aaaaah. Ich krieg krampf. Ich brech mir das Rückgrat. Ich bin Querschnitt geliebt. Hilfe. Was hab ich hier gezogen? Aaaaah. Was ist das? Schauen wir doch mal, was Noahs Zuschauer gezogen haben. Die täuschen immer Pedri an die Schweine. Gön jetzt einfach mal Pedri. Wieso nicht? Auf nett. Auf süß. Auf prickelnder Basis. Und. Rums. Wer bist du? Was ist das denn? Hallo. Adams. Okay. Den Adams Apfel gezogen. Ist cool. Und dahinter noch einer. Eaaaah. Okay. Der Mann hat alles. Der hat alle Rekorde gebrochen. Drei Stück. Eaaaah. Und. Rums. Rums. Schepperts denn eigentlich? Achtung. Jetzt hier. 85 x 10 Packs. Lasset krachen. Ich gönn dir nichts. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Bitte nicht. Er zieht den Adams. Dahinter können noch ein paar Leute sein. Passt auf. Haltet euch fest. Eeeeeeer. 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 Rums. Junge. Er zieht kein T2 Futures. Das in vom fucking Talischka. La Kaka. Junge. Junge. Du bist geil. Ihr seid geil. Ich bin. Ich find's geil. Ganz. Ach du Scheiß. Was ist hier denn los? Was ist das denn? Für'n Scheiß. Was ist denn das hier? Jetzt spiel ich hier arg oder was? Junge. Ist das ne Scheiß Grafik. Junge. Ich dachte der lädt mich hier in den Scheiß Future Stars Pack ein. Und jetzt bin ich in der Runde arg drin. Ja sag mal. Schepperts denn eigentlich? Genau so. Ne Annas. Macht mies Bock. Alter. Boah. Ist ja wirklich wie ein Traktor Simulator das Spiel. Du Mistvieh. Mistvieh. Ich pumst dich. Boah. Hat man da irgendwie zwei FPS oder so? Also. Die Grafik ist auch amazing. Komm raus aus dem Schrott. Lad mich doch nicht in den Arg ein du Birne. Was soll denn der Scheiß? Ey. Kann doch nicht in die Party anladen. Max. Dann nehme ich deine Freundschaftsanfrage in der Zeit kurz an. Hier. Ihr könnt mich doch alle einladen. Let's go. Was ist das denn Junge? Ach. Du heiliger Scheiß. Junge. Was soll die Scheiße? Meine Fresse. Was machst du da? Das ist weder ein Icon Pack noch ne scheiß 85 x 10 Upgrade Pack Explosions Ding. Wie? Was schepperts denn eigentlich? Spielt der einfach ne Runde Tennis Dinger? Ähm. Ich hätte gern bitte einmal Knickebocker Glurry. Einmal Fischfingers. Einmal Ice Cream Cone. Was ist das denn? Das ist nur für nexotischen Scheiß. Tut mir leid der Herr. Die Eismaschine ist momentan kaputt. Mies der? Die scheiß Eismaschine. Es ist die Eismaschine wirklich kaputt? So. Was machen wir jetzt? Wir warten jetzt auf die Medics. Oh. Donna ist runtergefallen. Nee. Donna liegt bei mir. Nein. Nicht brennen. Ich möchte mich nur hier hin gesellen. Aua. NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAT Der Afro denn... Mit der einen oder was? Hoppala! Z Columbian war nicht mehr Absicht Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Coole...Boxengasse... ja... Aufentspannt! Nichts leichter als das. Ja, leider nicht in die Top 4 gekommen. Das war leider an der Boxenkasse. Untertitelung des ZDF, 2020